Na Hupe, ist schon so weit oder was? Was? Naja, dass du dich nicht mal unter Kontrolle hast. Was willst du von mir? Was ist so weit? Naja, ich dachte, du bist ja schon ein bisschen älter, ne? Aber dass du so alt bist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was willst du, Mann? Du läufst aus! Ich hab abgewaschen! Na ja, genau. Wie wäschst du denn ab, bitte? Ja. Mit dem ganzen Körpereinsatz? Ja. Ein Träumchen. Nehmen wir mal ein Beispiel daran, Träumchen. Oh, was?